So, meine Freunde, da sind wir wieder. Für euch dürfte das noch die gleiche Folge sein. Ah, so. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt immer noch ruckelt. Vielleicht lag das daran, dass ich das Spiel in einer höheren Auflösung gestartet habe, als ich es spielen kann. Wer weiß. Ähm. Bleib dran! Ne, ne, haha, verdammt, du bist scheiße! Nimm die Spinnen weg, Junge! Nimm sie einfach weg. Ja, ich habe jetzt so ein paar Minuten Päuschen gemacht, weil ich dann gleich alles geschnitten, äh, na, geschnitten nicht, alles abgesaved habe. Also, die Audiodatei und so, ähm, Schneide fertig gemacht habe. Daher hat es ein bisschen länger gedauert, so, äh, ich weiß nicht, 20 Minuten habe ich jetzt ein Päuschen gemacht. Ja, und jetzt gucken wir mal, ähm, wie wir denn hier weiterkommen. Ähm. Okay. Oh, diese scheiße Insekten, die gehen denn so auf den Brenner? Weniger ist mehr. Das finde ich auch. So, dat war's mit... Ich brauche Munition für diese Scheiß. Brennerding. Da ist noch was drinne. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo sie ist. Scheiße. Scheiße. Übrigens habe ich mir auch nochmal angeguckt, was da, äh, was wir da gefunden haben. Und das war... Komm, meinen Baby ist nicht zu nahe, du Schwanzlückstatt. Was? Die Fresse. Das war Schrotflintenmoni. Ähm, ja. Die ist jetzt schon leer. So, dann friemeln wir mal wieder die Spinne hier zusammen, ne? Oh, wenn man den Dreh raus hat, dann ist es relativ easy. Die Frage ist, jetzt müssen wir, um weiterzukommen, nach oben. Oder müssen wir in das Scheißhaus, äh, äh, draußen war ja noch so ein Hebel, wo so ein Insektennest dran war. Da komme ich ja gerade nicht hin. Mist, 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 Mist. Äh. Scheiße. Lecke. Boah, das muss so ekelhaft sein. Wieso der nicht einfach durchs Wasser geht, frage ich mich ja. So, wir sind erstmal auf den Spuren von Mia, würde ich sagen. Kurbel. Die brauchen wir bestimmt für draußen. Das Bild ist weg, ne? So. Ähm. Alter, meine Moni geht, äh, langsam zur Neige. Ach, guck mal einer an. Ah, ein Save, äh, eine Abkürzung. Nice. Okay, das Ding auch, das Ding jetzt wieder abgenommen. Geil. Guter Junge. Ach, scheiße. Ah, damit kann ich doch wieder... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Psychotonicum. Brand... Der, das brauche ich nicht. Festbrennstoff. Das brauche ich hier. Äh, Kraftstoff für den Brenner. Festbrennstoff und flüssige Chemikalie. Scheiße. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich in den ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nachdem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit deinem Alter anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Boah, das Ruckeln geht wieder los. Fuck you, Alter. Boah, da will man in Ruhe ein Spiel spielen und dann... Achso, ja, ich muss ja... Ich wollte gerade wieder durch die Wand gehen. Warum ruckelt das so mega mächtig heute? Das ist natürlich sehr störend, wenn jetzt Mama Tabitha hier ankommt. Och, fuck you, Mann. Wo kommen diese scheiß Insekten denn immer her? Toll, und ich Idiot habe ganze Feuer verbraten. Oh! Geh mal weg hier Ja, ist gut Ich finde das ziemlich mies gerade Ich brauche irgendwie Munition Oder sowas Ich habe ja gar nichts Ich kann mich doch mit dem Messer jetzt nicht hier durchkämpfen Scheiße Achso, das war ja gar kein Safe Room Mann Ich bin so mega am Arsch gerade Ich kann ja auch nichts gegen diese scheiß Fliegen machen Ich muss da drüben hin Geh ich mal von aus Aber guck mal hier Das Messer bringt gegen die Viecher absolut gar nichts Ja, solange ihre Neste intakt sind Ich habe fünf Schuss Vielleicht habe ich ja noch was geladet Können wir ja mal gucken gehen Ich weiß halt nämlich gar nicht, ob ich irgendwo was gelagert habe Das ist natürlich richtig Resident Evil Ja Wenig Munition und Gegner, wofür man Munition Alter, jetzt hör doch mal auf zu ruckeln, Junge So Ach guck Hä, wieso liegt da noch Defekte Pistole Was mache ich damit Sie ist defekt Aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden Ja, leg weg den Scheiß Hier, weg damit Brauche ich nicht Psychotonium Skorpionsschlüssel Uns bringt hier von nichts was Wir haben gar nichts mehr Boah, das ist ja richtig kacke Ähm, das nehme ich mal mit Das Psychotonikum Wenn wir das schon haben, können wir das auch mal nehmen Guck mal, was mir das gute Ding, der mir noch alles anzeigt Das sind so Sachen, die wir nicht gesehen haben Guck mal, da unten So was sieht man gar nicht Vielleicht haben wir auch im Haus noch was übersehen Ich weiß es nicht Wir sind ja feilweise Teilweise so ein bisschen durchgehetzt Ähm Habe ich doch beides Ach cool, habe ich hergestellt Achso, ja Nice Cool Guck mal, ein Dietrich Hör doch mal auf zu Das stürzt gleich wieder ab, glaube ich Ähm Ja, ich weiß, wo ich den Dietrich nutzen kann Alter, jetzt komm Boah, Alter Guck mal, was da oben noch alles liegt Guck mal, was wir hier übersehen haben Schießpulver Das Zeug ist relativ wichtig Dieses Farmer Flintenmunition Super Immer noch so eins Okay, da drin Alter, guck mal, was ich alles übersehen habe Pistolenmunition Flintenmunition Ich glaube das nicht Ein Kraut Was da über uns noch alles ist Da unten auch Geh mal fix runter Warte Antike Münze Kraut Alte Was man nicht alles übersehen hat Was man nicht alles übersehen hat Ach da Flintenmunition Nice Alter Das ist doch wohl ein Witz Da hinten Eiskalt übersehen Boah, dieses Geruckel Das ist schlimm Hä, wo war das jetzt? Da Genau Genau jetzt hat aufgehört Zu wirken Scheiße Da vorne Liegt Daddy da immer noch? Daddy liegt da gar nicht mehr Scheiße Oder täusche ich mich Der liegt nicht mehr da Der Alte Fuck it Wie gesagt Der ist wieder Der wird wieder unterwegs sein Jop, Daddy ist weg Alter Fick dich Der Typ lebt tatsächlich noch Das ist so krank Frag mich, ob der noch durchs Haus schleicht jetzt Ich meine, er war ja sowas wie ein Bossgegner für uns Ich gehe auch mal stark davon aus, dass der irgendwie der Hauptbossgegner nachher sein wird zum Ende Aber ich glaube, das Farmerzeug hört gleich auf zu wirken, dann haben wir das Und das Spiel stürzt wieder ab Na, na, komm, 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 stürzt ab Alter, was ist denn das heute? So macht das keinen Spaß Ja, das stürzt ab gerade Ey, das ist doch kacke Vor allen Dingen, jetzt darf ich gleich wieder alles einsammeln Oh, doch nicht Alter Alter, komm Dafür, dass es die letzten Male flüssig lief, ist das heute ziemlich instabil Das ist ja, als hätte ich hier Ich muss speichern gehen und die Aufnahme beenden Scheiße Vor allen Dingen muss er erstmal zum speicher.com Guckt euch das mal an Ich kann nicht mal gehen Hier muss doch irgendwas an den Einstellungen anders sein, als beim letzten Mal Da ging's Da, die Fresse Da ging's doch noch Hm, naja Gut, ich würd sagen, ich speichere erstmal Und dann, äh Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge Oder für euch die gleiche Folge, ich weiß es nicht Äh, mal gucken Also, haut rein Und dann, äh, mal gucken Und dann, äh, mal gucken